Das nicht identifizierte Opfer weiblich. Es gibt fünf Stichwunden in der Brust und im Unterleib, verursacht durch einen scharfen Gegenstand. Kommissar Maigret, Kriminalkommissar vom Quai des Offentes. Jemand wollte das namenlose Mädchen verschwinden lassen. Sie hat jedoch unweigerlich Spuren hinterlassen. Wie bringen Sie denn Verdächtige zum Reden? Mit gar nichts. Ich höre Ihnen nur zu. Meine Aufgabe ist es, die Wahrheit zu finden. Warum interessiert sich jemand wie Sie für mein Leben? Es hilft mir, Mädchen wie dich zu verstehen. Ihr Name war Louise. Wieso haben Sie gesagt, ihr Name war? Da hielt plötzlich ein Auto vor dem Platz. Konzentriert euch auf die Taxifahrer, die in besagter Nacht unterwegs waren. Sie machen das wegen des toten Mädchens, nicht wahr? Sei wachsam, aber halt eine gewisse Distanz. Wenn man sein Kind verliert, verliert man alles auf der Welt. Es ist nichts mehr da, bloß noch Nacht. Ich weiß, Monsieur Kaplan. Auf lange Sicht ist man gezwungen, sich einen Panzer anzulegen. Aber irgendwann geschieht etwas ganz Banales. Dich berührt irgendein Detail. Und plötzlich fällt ein Schutzschild einfach in sich zusammen. Und dann wird man gaveier. Und dann dauert ein Schutz schild. Untertitelung des ZDF, 2020